Herr Maaßen setzt mit seinem Agieren wilde politische Spekulationen in die Welt, ohne irgendwelche Beweise vorzulegen. Herr Maaßen nimmt mit seinen Bemerkungen politisch Einfluss. Und das steht ihm als Leiter einer Behörde, als Angestellter der Bundesrepublik Deutschland in keiner Weise zu. Herr Maaßen, das Maß ist voll. Die Bundeskanzlerin muss handeln. Herr Maaßen ist in seinem Amt nicht mehr tragbar.